hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge von Titanfall 2 genau wie in der letzten Folge spielen wir heute eine Runde Piloten gegen Piloten und ich bin der erste der aufsteigt in der letzten Folge war ich ja eigentlich schon ziemlich gut für meine Verhältnisse das wird glaube ich heute nicht so sein weil Homestead ist nicht meine Map die ist mir zu offen zu der Entfernung das ist nicht mein Gebiet und er so auf zehn Meter Entfernung so wie vielleicht noch geht es nach oben sehr gut und ob die noch lange läuft oder gekillt wurde heiß ich gerade nicht hier ist ja noch nirgendwo ich weiß es doch doch nicht mehr misst er ja dann wird der war das glaube ich wenn das wirklich war ich habe es doch wusste noch da ist dass er sich irgendwie versucht mich irgendwie zu verwirren was er auch geschafft hat also wenn er das war und er das wollte er es geschafft dann wünsche ich die hässlichen Wunsch ich jetzt besser nicht da an wo alle hingehen ich finde wollte sich so ein bisschen an wie so eine Waffe aus Star Wars das war ja nur bin ich aber keiner mehr Ich bin gerade maximal verwirrt, Alter. Jetzt tut mir doch nicht gut. Letzte Folge war sie gut, jetzt ist sie nicht mehr gut. Na? Ich habe irgendeinen hinten laufen sehen, aber der war das nicht. Das war ein anderer. Der andere war hier weiter hinten. Ich glaube, hier haben vier Kills zu machen, das wird ziemlich schwer. Alter! What the fuck? Was war das gerade? Was zur Hölle war das gerade? Was zur Hölle war das gerade, Alter? Na ja, der hat aber auch nicht geschluckt, wenigstens. Wie ein Nullschlucker. Zum Beispiel. Oder wichtige Runde bisher. Okay. Äh, heute nix gut. Äh, zu warm. Oh, die snipen hier aber auch, ey. Das ist doch der Wahnsinn. Hätten wir bei Messern nicht getroffen? Können wir ruhig sein. Das habe ich mit meinem Hühneauge gesehen. Ey, ich habe mich vorher getroffen. Die, äh, ja, die nächste Punkt hat, wie ich jetzt sagen würde. Mein Gott, Alter. Hat gedauert, ey. Sagen, Aiming, ja. Äh. 10 von 10. Also eigentlich, wie immer, ne? Da wird er von oben schießen, komm. Okay, ich werde auch nicht anvisiert. Dann gehe ich mal da hin. Wahrscheinlich gleich. Ich dachte, ich kriege ihn noch. Ich werde nicht hier oben gerade ran. Ich werde nicht hier oben schießen. das war das war ein team hat gar nicht das war ich gar nicht gesehen wir gewinnen das match sogar das letzte und eigentlich noch ganz gut geämpft wo ist man jetzt hin das ist irgendwie verschunden das hause gefahren hat feierabend gemacht heute auch zu warm mittlerweile knapp den habe ich zu spät gesehen oh smart pistol auch wirklich leute ne wo waren der chiefs ja gut er ist nicht so gut warum es kapist leute spiel doch mal richtig versucht man normal kürze zu erzielen so wie ich gerade okay das war ein mensch aber hier ist das schiff das ist keine gute idee mitten auf dem feld ich hier Computern wir können wir sind in der schwierigen ich habe er wissen wir ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin am schießt auf nein nicht wegfahren ich glaube jetzt habe ich glaube ich hier auf den fünf fünf naja 511 jetzt schon mal erwartet 26 10 kann man machen drei es ist die schöne hitze noch 30 grad gefühlt wird einfach noch wärmer also ich will gar nicht wissen wie viele liter ich jetzt gerade diese studie schwitze auf dem ich sitze aber auch schon geschützt habe das ist glaube ich nicht wirklich lecker das ist glaube ich wirklich schon liter also das reicht gar nicht mehr so milliliter vielleicht auch schon einmal reise ja runde war nicht ganz so gut wir haben trotzdem gewonnen natürlich dank mir da meine fünf kills genau die haben es gemacht weil ohne mich hätten wir wahrscheinlich trotzdem gewonnen aber ich war dabei das wichtigste haben gewonnen wie es ist egal wir haben gewonnen wir haben gewonnen wir haben gewonnen jemand kann was anderes sagen also vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal vielleicht morgen 18 uhr und tschüss süß so